8. August 2018 12.16 Maria Curio zeigte eine souveräne Qualifikation Wasserspringerin Maria Curio greift bei den European Championships nach ihrer dritten EM-Medaille. Die 28 Jahre alte Berlinerin zog als Wortkampf dritte 282,35 Punkte ins Turmfinale am Mittwochnachmittag ein. Auch ihre Synchronpartnerin Elena Wassen kam als sechste 264,50 eine Runde weiter. Curio Wassen hatten am Tag zuvor Bronze im Synchronspring vom Turm gewonnen. Punkt. Mit Partner Lou Massenberg war Curio zum Auftakt zu Silber im Team-Event gesprungen. , Sprechen wird bis zum nächsten Mal.